So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich zerstöre Apfel- und Tomatenkisten im Bauernladen beim Obstgarten. Wo müssen wir hin? Richtig, zum Obstgarten. Also Abfahrt runter geht's. Der Obstgarten ist genau da. Genau unter uns. Jetzt hoffe ich nur, dass der nicht so schnell da unten ist. Das Ganze mache ich gerade in Gruppenkeile. Ich denke mal, das müssten eigentlich die normalen Kisten sein, die da immer so oben stehen, neben den Kisten, wo wir auch unseren Loot rausholen. Oh, bitte nicht. Ja, dann geh du links hin, ich geh rechts hin. Dann geh ich in die Mitte. Natürlich habe ich die mit den Bananen. Das hat Wunderbrunnen nicht gezählt. Und eine Kiste habe ich erwischt. Also das ist auf jeden Fall das, was ich gesagt habe. Du müsst halt wirklich gucken, dass ihr die Kisten kaputt macht. Die Bananen, hier sind ja noch mehr. Ah, guck mal, wie ganz entspannt. Also am besten geht direkt rein, macht die Regale kaputt. Und damit ist die Aufgabe eigentlich schon auf ganz entspannte Art und Weise geschafft. Wie gesagt, hier sind auch noch die Regale. Da sind Tomaten drin und Äpfel waren es. So, dann würde ich sagen, was ist eigentlich schon mit der Aufgabe? Gucken, was die nächste Phase ist. Gucken, ob wir das sehen. Das Problem, ich habe noch so viele Aufgaben. Ich sage euch, ich muss die unbedingt alle jetzt nach und nach abarbeiten. Aber ich denke mal, das müsste es eigentlich gewesen sein. Aber dann war doch Phase 1 von 3. Jetzt die Aufgabe aber weg. Dann schätze mal, man muss einfach komplett rausgehen. Warte, wir können ja mal gerade einfach rausjoinen. Bei Gruppenkeile geht das ja. Das erzählt der Kram ja sowieso. Und wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Follow da lassen. Ich sage immer Follow. Das ist, weil ich jetzt auf Twitch bin. Also gerne ein Abo da lassen. Auch gerne ein Like da lassen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es gemacht habt. Aber ich denke mal, die Aufgabe ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn man weiß, wo man hin muss. Aber das habe ich euch ja gerade gezeigt. Jetzt gucken wir nur gerade, was die zweite wäre. Also ich schätze mal einfach nur erweitert. Das erste Mal 1 bis 3. Und ich schätze mal, das nächste sind dann 5 oder 10. Aber das kann man ja easy machen. Einfach Gruppenkeile runtergehen. Gucken, ob man mit seinem Team oben drüber geht. Dann müsste es eigentlich passen. Aber jetzt mal ohne Quatsch, sind bei euch die Ladezeiten auch so eklig lang. Das ist ja ultra nervig. So, komm. Wir haben keine Zeit. Hier mit den Aufgaben muss ich echt erst weit finden. Äh, fach da. Zack. Wie ihr seht, ich habe so viele Aufgaben. Das ist... Ähm... Zuwunschaden? Nein. Angelstellen. Wo ist denn der Bauer hin? Nein, das ist die andere Aufgabe. Also wer mir helfen will, kann mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Was die zweite Mission davon ist. Also ich weiß es gerade persönlich nicht. Oder danach kommt das. Kann das sein? Dass es generell Sonnenblume ist und dann kommt die mit der zweiten Phase? Müsste eigentlich, oder? Aber das machen wir im nächsten Video. In dem Sinne, ich hoffe ich konnte euch schon mal damit helfen. Und haut rein.